ja hallo meine lieben geoleben tv zu sehr von der weizenwappe zum sixth pack wow kleines wortspiel ja ob man da jetzt schon unterschiede merkt ob das ganze früfte tragen wird oder ob es ein totaler flop wird das zeige ich euch im nächsten video so meine lieben hallo heute ist der 22 juli das heißt genau wieder eine woche später seit dem letzten mal ja und schauen wir mal ob man auch schon ein bisschen unterschiede sieht ich habe sozusagen den motivationsfaktor und andere leute sehen das und kommen dann eben auch mit vorschlägen ratschlägen was man anders oder besser machen kann und das ist für mich tv bzw fernsehen oder wurscht immer das jetzt nennt einfach der neuen zeit wo wirklich viele viele einfach auch ihr ihren anteil dazu beitragen können so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Grundsätzlich ein jeder natürlich in der eigenen Verantwortung und die Übungen dann wirklich so aussuchen, wie sie für den jeweiligen Stand, für den jenen einfach dann auch passen. Das muss man halt dann einfach selber machen, indem man für sich die richtigen Übungen findet. Dazu gibt es auf YouTube, im Internet glaube ich genug Personal Fitness Coaches, die wirklich auf die Übungen total eingehen. Meine Aufgabe ist es, mein Auftrag ist es, mit meinem Beispiel einfach voranzugehen, zu sagen, hey, es ist einiges möglich. Auch wenn du über 50 bist, auch wenn du schon einen ziemlichen Bauchansatz hast und eigentlich schon gar nicht mehr glaubst, dass du ihn wegbringst, es ist einiges möglich. Das möchte ich mit meinem Beispiel einfach zeigen. Damit möchte ich vorangehen, damit möchte ich dich inspirieren mit meinem Beispiel. Aber bitte such dir dann die Übungen, die für dich passen. Du bist möglicherweise ein bisschen schwächer oder viel stärker, was auch immer, das ist wurscht. Mach's. Also in diesem Sinne, alles Liebe hier wieder vom Geiltal in Kärnten, einer der schönsten Location, die ich kenne. Wir sehen uns auch vielleicht. Baba, ciao, tschüss und servus. Also ich habe schon das Gefühl, dass hier was weitergeht. Und ich muss ehrlich sagen, ich merke es am Körper, selber auch am Körpergefühl. Ich stelle mich ganz bewusst und absichtlich nicht auf die Waage, weil es einfach nicht nur eine Frage des Gewichts ist. Es ist ja klar, wenn man mit Kraftsport einfach auch abnimmt, dann wächst natürlich der Muskel und da ist das Gewicht eigentlich dann zweitrangig. Aber ich muss sagen, ich merke es hier selber schon am Hemd. Es spannt ein bisschen mehr als wie normal. Kann ich mir jetzt einbilden oder auch nicht, vielleicht ist es ja einfach auch nur eingegangen. Macht nichts. Ich bin auf jeden Fall nach wie vor guter Dinge. Es sind bisher ja nur 17 Tage vergangen und trotzdem geht da einfach schon was weiter. Ich fühle mich einfach auch besser und ich habe im Kopf ja einfach auch ein super, super gutes Gefühl, weil ich einfach weiß, ich mache was Richtiges. Also ja, das war es dann auch. Alles Liebe von meiner Seite von euch, GeoLebenTV, Baba, ciao, tschüss, Daumen hoch, bla bla bla, bis zum nächsten Mittwoch. GeoLebenTV 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 GeoLebenTV